Heute Abend soll es stürmisch werden. Lasst uns lieber mal die Fenster schließen. Heute Abend soll es stürmisch werden. Lasst uns lieber mal die Fenster schließen. Heute Abend soll es stürmisch werden. Lasst uns lieber die Fenster schließen. Heute Abend soll es stürmisch werden. Lasst uns lieber mal die Fenster schließen. Stürmisch ist unser Adjekt. Adjektiv ist unser Adjektiv. Stürmisch ist unser Adjektiv als Adjektiv. die auch die anderen, die nicht so gut gehen. Das ist ein wichtiges Wort. Die Frage ist das nicht so wichtig. Wir wissen, dass die Leute schliegen sind. Aber wir wollen die Leute hier auch an. Wir wissen, dass sie hier stehen. Wir wollen uns das jetzt mal beherauschen. Wir dürfen alle sagen, dass wir alle anderen, dass ihr alle neue Sachen machen. Auf Wiedersehen. Nismak al-Tambi. Assalamu alaikum.